Ich wollte nie tanzen. Ich habe nicht einmal in meiner Hochzeit getanzt. Bodenstolz, öffnen und öffnen und stopp, da und ab, 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 genau. Checklist und abkommen. Zwei, Energie, vor, zwei, drei, vor, vor, vor. Oh je, wir haben wirklich noch sehr viel zum Arbeiten. Nebst dem, dass ich eine wunderbare Tanzpartnerin und Lehrerin habe, ist es einfach die Disziplin, die mir gut tut, sehr gut. Und auch zwischendurch gibt es so ein Gefühl, das wissen nur, ich glaube nur die Tänzer nachvollziehen, die einfach so Sekundengefühle, die einfach so völlig in einem anderen Film sind. Eher als beim Walzer, wo ich mein Lieblingstanz sporte. Abgesehen davon, dass er wirklich ein sehr disziplinierter ist, wo mir das Training durch das auch wirklich sehr leicht macht, stimmt es auch menschlich zwischen uns. Also wir haben es auch wirklich gut zusammen. Trainings sind nicht nur streng, sondern auch ab und zu mal lustig. Ich habe mir immer in den Spiegel gelogen, dass man immer einen grossen Rand zurückkommt und weiss es warum. Vielleicht esse ich mehr, weil ich denke, jetzt trainiere ich ja die ganze Zeit, dann kann ich viel mehr essen. Und ja, da hast du noch ein bisschen fehl überlegt. Dann muss ich noch ein bisschen arbeiten dran. Ich muss sicher noch so eine Walzer-Diät, die ich noch bekomme, ähm, in den letzten paar Wochen. Ich kann mir noch ein bisschen auf den Weg sprechen. Vielen Dank.